Moin Moin und Willkommen zurück bei Ark Fjordur. Ja unsere Pläne und To-Do-Liste sind ja noch recht eingeschränkt worden mittlerweile. Also was heißt denn eingeschränkt? Wir sind mittlerweile eigentlich relativ weit fertig. Wir müssen zum Großteil jetzt darauf warten, dass hier die ausgewachsen sind. Einer der Shadow Mains ist ausgewachsen. Bruder, ne? Oh sehr schön. Dann bringen wir dich doch gleich mal zu deiner Familie rüber und reißen sich von der Familie jetzt hier weg, aber ihr seht euch ja alle wieder. Geil. Wir haben hier ein ganz kleines bisschen mehr Übersicht. Der ist bei 91, 80, ja gut. Was sagen hier die Eier? Dauer? Auch hervorragend. Perfekt. Ich würde dann einmal den Shadow Mains tatsächlich jetzt rüberbringen zu den anderen. Parkplatz, Parkplatz, Parkplatz. Da. So auch das mit dem Auswachsen, wir müssen da jetzt nicht ewig drauf warten. Das ist ja auch ein Server eigentlich, eigentlich ist es in Abwesenheit abwarten, kann man das auch nennen. Der Server kann ja einfach laufen bleiben und dann hat sich das irgendwie erledigt bald. So. Mittlerweile sehen sie aber irgendwie gleich aus. Das ist so ein bisschen das Doofe jetzt gerade. So. Fix und Foxy. Oh, ich mag euch. Ihr und ihr seid die beiden Eltern. Ihr könnt aber gerne eigentlich auch mal auch ein bisschen live bekommen. Die 15k hast du fertig? Ach, ja. Mrs. Nose, natürlich hast du die fertig. Entschuldigen Sie bitte. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es sich lohnt, für Steinbjörn uns noch einen Saurier, der Buff dazu zu besorgen. Im Sinne von einem Jutti, der unsere Tiere buffen kann, dass sie mehr Schaden machen. Beziehungsweise, auch eigentlich interessant ist es, ganz ehrlich, ein Mammut, weil das kann ja so buffen, dass der Gegner weniger Schaden macht. Das ist dann streng genommen in die Länge gezogen, aber ob wir nun länger überleben, weil er weniger Schaden macht, oder ob der Kampf schneller vorbei ist und er mehr Schaden macht. Ich glaube, das nimmt sich jetzt insgesamt nichts. Und Mammuts haben wir theoretisch rumfliegen, aber mit einem Jutti könnte man nebenbei natürlich noch mitkämpfen. Das ist so der interessante Punkt, aber ich bin mir nicht sicher, ob bei Steinbjörn genug Platz dafür ist. Das Gute ist, wir wissen ja eigentlich, wo Jutis zu finden sind. Vor allen Dingen, X-Jutis wäre natürlich auch noch eine interessante Idee, die gibt es ja in Jotunheim. Wir müssen hier mal kurz ein bisschen an unsere Zeit hier denken, dass wir hier mal vorankommen. Also, dass wir mal was Sinnvolles tun, nebenbei. Beziehungsweise, ich hatte vor Ewigkeit nochmal angefangen, diesen komischen Schutzanzug da zu bauen, oder? Also zumindest die Sachen dafür zusammenzusammeln. Wir haben die Sachen, bis auf den Ball aus dem Start im Gas, ne? Wobei ich bei denen auch immer nicht... Ich habe schon wieder vergessen, wo wir die her hatten. Haben wir die irgendwo abgebaut? Also, das hier wäre eine interessante Option. Allerdings reichen unsere Punkte dafür nicht, da bin ich mir jetzt schon echt sicher. Das heißt, ich müsste dafür, wenn, dann eine Vergessensuppe machen. Schützt der auch vor Feuer hier Giftgas? Ja, wahrscheinlich. Wir haben ja auch noch die Höhle im Sumpf da, mit dem Giftgas. Ich hätte ja schon Interesse, mir die mal anzuschauen. Aber... Der Rüstwert von dem Ding wird natürlich sehr fragwürdig sein. Wir brauchen mehr Punkte. Das heißt, wir brauchen ein Level oder halt einen Vergessenstrank. Ich schaue mal ganz kurz, ob wir uns einfach einen Vergessenstrank machen können. Oh, hi. Vielen Dank für den Grabstein. Wir haben ja hier unsere Kochstation. Konsumgüter. Nahrung. Ist das lila, ne? Gegeltes Filet. Also, letztlich, wir könnten das machen, oder können wir uns den Anzug machen? Ha! Ich muss noch mal kurz gucken, wie viel erstarrtes Gas wir haben. Ins Vogelhaus. Was haben wir unten? Wir haben da nicht einfach Gaszeug. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir den ganzen Kram herhaben. 90. 15. 35. 65. 80. 125. Wir brauchen mehr von dem erstarrten Gas. Wo haben wir das her? Haben wir das im Vulkan geholt? Konnte man das da irgendwo abbauen? Hi, Pummelchen. Aber wir brauchen das starrtes Gas. Eisgebiet? Nee. 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 Okay, ich habe echt keine Ahnung gerade. So, ich würde mal sagen, dann nehmen wir mal die Sachen mit, die wir brauchen. Wir brauchen ein bisschen gegrilltes Filet drüben. Ich würde das vergessen, seit ich es hier zumindest schon mal fertig machen. Ach, wir haben ja auch Nameless-Gift. Ach ja, das war für Rockdrakes, wenn ich mich recht erinnere. Und hier sind unsere Kühlschrankfische. Ein Basilo, ein normaler Fisch und ein Aklerfisch. Ach, wie schön. Gegrilltes Filet. Notfalls grill ich mir mal schnell was. Ach, hier, guck mal. Stimulantien brauche ich noch. Die kann ich wahrscheinlich jetzt ehrlich gesagt nicht machen, weil ich hier nirgendwo Stimmbären habe. Ich neige dazu, die entgegen einfach mal wegzuschmeißen. Aber man kann es ja mal versuchen. Ja, die Stimmbären fehlen. Haben wir drüber aber auf Lager. Hol ich mir kurz. Vielleicht wird mir nebenbei noch mal ein, wo das mit dem erstarten Glas war. Ich meine, mir hat das nämlich irgendwo einfach mal abgebaut gehabt. Das kann tatsächlich der Vulkan gewesen sein. So, gib mir mal ein paar Stimmbären. Hundert. Huldone. Danke fürs Gespräch. Vogelhaus. Mal gucken, was noch fehlt. Das waren ja doch ein paar Zutaten, die jetzt gefehlt haben. Das wäre der Moment, wo sich aufschreiben wahrscheinlich gelohnt hätte. Hallo, es ist so eng mit dem hier drin. Uh, ist das gut. Also nein, es ist nicht gut, dass es so eng ist, aber... Oh. Hier ein paar mehr mitnehmen sollen. Aber gut, 42 davon reichen aus. Ich habe das Gefühl, ich passe hier bald nicht mehr dran vorbei. Du drohst zu verdursten. Naja. Das ist ja ungünstig. Oh, hier kann noch mal ein bisschen Pulver rein. Und auch hier könnte gegrilltes Filet rein. Und dann muss ich gleich noch mal gucken, was fehlt. Ne, ich brauchte 72. Ich glaube, ich brauchte 72 Stimulantien. Da reiche ich mit denen ich ja gerade gemacht habe. Definitiv nicht aus. Naja. Hier trinkt was. Danke. 72, ja. Gut. Dann packe ich dich auch mal mit rein. Das ist ein Dimbeeren. Das müsste dann zumindest reichen. Was brauchst du denn noch? Blumen und Narkosemittel. Das heißt, ich nehme auch gleich mal Narko-Bären mit. Wenn man schon mal dabei ist. Wozu haben wir denn das Gewächshaus? Okay. Glaube? Ja, das war ein Vulkan. Das waren in einem Schwefelbecken oder was das da war. Wo, ja doch. Ich glaube, so langsam kommen wir in Erinnerungen wieder. Es kann nicht sagen, dass das jetzt absolut falsch ist und ich gerade irgendwie nur Mist lave. Aber ich glaube, ich bin mir immer... Ich glaube, ich bin mir sicher. Ja, doch. Vulkan. Also alles schreibt bei mir gerade nach Vulkan. So. Nee. Oh. Ja gut, Narkosemittel habe ich noch genug. So, für 100. Jetzt haben wir genug. Seltene Pilze und seltene Blumen haben wir auch auf Lager. Hätte ich die Küche jetzt einfach mit hier, hätte ich nicht so viel laufen müssen. Hätte, 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 ne? Ein paar Blümchen, ein paar Pilze. Komm, nehmen wir nochmal ein paar Blümchen für unsere Bienchen mit. Dann schauen wir nochmal beim Vulkan vorbei, würde ich sagen. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass wir dort Hitzeprobleme kriegen. So, so ein Gedanke. Wir sind ziemlich warm angezogen und da ist es, glaube ich, auch warm. Ich meine, wir haben ja hier schon Hitzeprobleme in Jens-Mannerheim. So, da, 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 da. 200 Meter werden hat das gekostet. Wow. Ich packe die seltenen Blumen dann mal zu unserer... Ah, die packe, lass ich hier drin. Neun Stunden. Ich packe die hier in den Kühlschrank dann. Ja, und die Scheinorten da drin. Ach, wie ich diese Viecher liebe. Guten Tag. Achso, ich wollte hier mal die Bienchen versorgen. Ach, du Scheiße. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie versorgt werden müssen. Gut, mach dir das. Ja, jetzt habe ich hier jetzt auch X und Z noch gar nicht angebaut. Fällt mir auch noch mal ein, aber... Ich nutze die Dinger eh nicht. Also, kann es auch einfach so bleiben, wie es ist. Es ist ja hübsch geworden. Hup. Puff. Nehme ich den dann mal mit. Wir waren ja lange nicht mal mit einem Tyler unterwegs, ne? Da. Obwohl, ich wollte X Archie mal zu einem Kämpfer ausbilden, aber es gab Basilisken da drüben. Das möchte ich nicht mit X Archie machen. Du hast mir definitiv noch zu wenig Life. Bloß keinen Sattel. Ist theoretisch soweit. Obwohl, wir waren auch noch nie wirklich mit dem Spino oder mit Gigante unterwegs. Das ist ja auch Vernachlässigung hier. Gigante ist nur ein bisschen immobil. Oder fahren wir mit dem Spino unterwegs? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall werden wir es jetzt sein. So, mein Inventar ist nur ein bisschen zugemeldet. Wir hatten den Spino mit in der Jotunheim-Tour. Aber wirklich selber gekämpft haben, wenn wir nicht mit ihm. Das war... Er war dabei. Das ist aber auch alles. So. Ähm... Kühlschrank ist unten. Weiß nicht, was bei mir los ist, ey. Aha. So. Äh... Das da. Und jetzt hältst du hier drin deutlich länger. Sehr schön. Narkotik und Koch. Hab ich hier einen Becher? Nö. Dann starten wir jetzt mal zum Vulkan auf. Ich glaube, da ist der Startegas. Wie vom Parkurshaus, weil ich möchte einmal unser Spino einsammeln. Ich könnte mit dem auch mal einen Namen geben. Hab da auch schon eine kleine Idee. Männlich. Och, sehr schön. Option. Das kam noch aus dem Spielstand, den ich zusammen mit meiner Frau hatte. Auf Ragnorück. Da hatten wir Fabius und Ariel. Gut, das waren dann aber auch gezüchtete Exemplare. Ah, das ist... Um der alten Zeit ein Willen. Ähm... Wie heißt denn der Scheiß? Irgendwas mit schwer. Valheimer. Ah, nehmen wir mal Süden. Gucken wir mal. Ich meine, da war es mit dem Erstadengas. Das kann natürlich auch hier vollkommen daneben sein. Aber da haben wir einen netten Vulkan. Das hatten wir ja auch noch nicht wirklich in dem Sinne. Könnte ich mal wieder was essen. Und was trinken. Na, natürlich habe ich direkt die Vyvan erwischt. Ja, dat muss ja nicht sein. Ne, 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 ne. Wir gehen mal weiter. Schön am Wasser. Ach, er hat ja gar keinen Ausdauerverbrauch im Wasser. Stimmt. Spinos sind schon was Tolles. Ich denke, ich gehe gerade so schön in so einen Hai-Film hier. So, warte mal. Ne, ne, ne. Ah, ich kriege das nicht hin. Ah, hier. Die Hai-Flosse. Davor irgendein Tourist auf dem Surfbrett oder so. Naja. Echt viele Rochen und ein paar Silo, aber egal. Klang, Mantis, ich habe euch, an euch jetzt gerade nicht so, das sind... Von den Farben her, okay. Das ist doch geil. Nein, 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 nein. Hier haben wir kurz den Wassersägen wiederholen. Mal zum Üben mit ein, äh, mit ein, zwei Rexen kämpfen. Also ich finde, ein Rex stinkt gegen Spino einfach nur an. Wow. Zerfleischt habe ich sie. Nice. Und Level hast du auch bekommen, oder? Drei Stück? So, haben wir die 400% voll. Oh, wie er mit der Rückenflosse gewackelt hat. Richtig gut. Zumindest sind wir jetzt aus der Gefahrenzone, was die Rüber angeht. Ist das ein Alpha-Basilisk? Im Ernst? So was gibt es? Ist auch nur Level 145. Naja. Aber sonst nichts zu tun, oder? Ich krieg den Schaden gerade. Der Pisser greift mich auf den Sattel an. Ja, mal weiter ins Wasser. Das wäre in Ordnung für mich. Okay. Ich muss mich hier gleich zurückziehen. Ich muss mich zurückziehen. Ähm. Ich geh mal tauchen. Ja, gut. 145er Alpha-Basilisk. 10.000 Schaden habe ich locker gemacht. Oh. Ja, war auch. Gefühlt. Uh. Unangenehmes Zusammentreffen. Sagen wir mal so. Das ist voll mit Velonas. Sehr schön. Ich liebe Velonas. Hier vorne ist der Bereich, den ich meine, wo es das mit dem Gas gab. Der hat 45er Alpha-Basilisk. Wow. Das wäre natürlich was für die Shadowmain-Armee. Einmal drauf und dann hoffentlich überleben die. Wäre ein bisschen blöd, wenn sie daran sterben, aber... Das wäre ein EP. Auch nicht wenige. Ich komme gegen die jetzt nicht an. Wie viel? Sieht interessant aus da oben, egal. Tier? Auf jeden Fall Hitze, Hitzeprobleme, da habe ich jetzt das Gaszeug nicht herbekommen oder ich habe den richtigen Stein dazu gerade nicht gesehen, das kann natürlich auch sein. Was da natürlich jetzt helfen würde, wäre eine Gili-Rüstung glaube ich, bleib du mal gespannt hier bitte, du folgst mir auch nicht, sehr schön, wir machen aber das Übliche mit unserem Reiseteleporter, man wir haben ja eine komplette Gili-Rüstung, muss ja nun mal geholt werden. Hm. Ja, jetzt habe ich Eiswürfel, yo. Haha, zu geil. So. Ist meine Rüstung zufällig in der Werkbank? Nein, dann ist sie wahrscheinlich, jetzt kommt's, wegsortiert wo sie hingehört. Im Rüstungsstand. Sieht gut aus. Gehe ich eigentlich nicht nach Rüstung, sondern nach Überhitzungssituationen. 129 zu 155, guck mal, 155 ist schon mal besser. 73 zu 86, das ist gut. Da habe ich nur einen zur Auswahl. Kopf habe ich auch nur einen. Schuhe habe ich zwei. 73 zu 35. So. Jetzt haben wir Überhitzungs-Isolationen. Relativ, ich würde mal sagen, viel. Kann aber sein, dass wir trotzdem gleich sterben, weil ich ja mal kurz nach Hause muss. Also ab in die Klippenrippe. Und das ist ja noch kälter. Und ich könnte mir... Oh, macht der Otter auch Kälteisolierung oder nur Wärme? Oh, ist mal gute Nacht. Oh, ich sterbe gerade richtig schnell. Ich ziehe mich einmal kurz warm an. So. Mr. Otter. Sehe ich das jetzt hier? Ich habe jetzt 1300 zu minus 139. Achso. Ja, er macht auch Kälte. Sehr schön. Okay. Du hast Pause. No Name über Land. Oh. Er hat mit Gili eingekleidet. Jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt ist ja auch voll. Jetzt ist auch gleich schon wieder rum. Jetzt habe ich hier nur noch ein kleines Flämmchen. Flämmchen. Das ist ein Magmasaurier. Den müssen wir uns nicht unbedingt anlegen. So. Das ist ja. Und ich bin hier. Allee. Und ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Aber ich bin hier. Nein? Da vielleicht? Der flüssigt das Gas. Das ist ja fast das Richtige. Kann ich das selber machen? In der Schmiede. In der Schmiede können wir das machen. Da ist das Zeug drin. Wahrscheinlich mit Leder dann zusammen. Raffinieren halt, wie mit dem Benzin. Doch, doch. Okay, okay, okay. Folg mir mal bitte. Ich habe keinen Bock auf zu große Überraschungen. Die Ursprungszone. Ist das denn das Gas? Das Feste? Das ist eine schöne Badewanne hier. Oh, Mann. Oh, ich wollte mal sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Warte auf. Ich habe das jetzt getrunken? Ja, okay. Äh, Wanderland, Ost, Südost. Maptechnisch sind wir Nordosten auf dem Vulkan. Da tut er direkt den Mann, egal. Ich will das dann mal kurz noch rausfinden mit der Schmiede. Und dann können wir uns auch mal anschauen. Und dann können wir uns einen Schutzanzug machen und dann, finde ich, können wir uns auch mal die Sumpfülle mal anschauen. Ich hasse es, wenn das passiert. Geht bitte einfach weg. Geht bitte einfach weg. Geht es? Geht es? Ich finde sie mega. Mann, Mann, Mann. Oh, einer der Türkei Achilleus ist auch ausgewachsen. Dann müssten die anderen dann auch ausgewachsen sein, das ging ja alles relativ zeitgleich. Jo, die Türlers sind fertig. Hoee. So. Hier. Da. Einfach nur verflüchtigtes Gas rein. Fertig. Ist gar nicht so kompliziert. Das heißt, wir können eigentlich das Vergessenszeug um uns trinken. Wir können uns dann mit den Skills beschäftigen. Guck mal, haben wir doch wieder ein bisschen was, um Zeit zu verbringen. Mit dem vollen Ding. Ja, ihr seid zu gut. Komm mal bitte mit. Dann können wir beim nächsten Mal auch noch mal Familienzusammenführung machen. Na. Pummelchen. Oh. Pummelchen ist gleich fertig. Ist bei 99,9. 100. Oh. Ja. Die Shadow Mates müssen ja auch bald fertig sein, ne? 80. 92. 92. 97. Ja. Sehr schön. Pummelchen. 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 Das sind aber Dinge, die müssen wir uns... Ich würde mal sagen, das ist ein gutes Projekt für das nächste Mal. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.